Der nächste jetzt zu behandelnde Tagesordnungspunkt ist der Punkt 23, die Fachförderrichtlinie Geburtshilfe. Hier beginnt CDU-Fraktion, kein Redarf, AfD, dann Fraktion Die Linke, Frau Baku. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, noch so eine positive Vorlage, die ich jetzt hier kommentieren darf. Die Förderrichtlinie für die Geburtshilfe ist sozusagen die Weiterentwicklung eines Ende 2018 eingeführten Fördermodells in Dresden. Das basiert auf einem Rot-Rot-Grün-Antrag, damals noch, der eine Förderung für Geburtshilfe, also für die Begleitung von außerklinischen Geburten, Hausgeburten oder Beleggeburten oder Praxisgeburten bezuschusst oder die Betreuung von Wöchnerinnen, ebenfalls finanziell durch die Kommune bezuschusst. Hintergrund damals war es, die, ich denke allgemein hin bekannt, angespannte Situation in der Geburtshilfe ein Stück weit abzumildern. Die Diskussion ist in den Medien präsent seit vielen, vielen Jahren. Aber wir hatten in Sachsen zudem eine Studie im Jahr 2018 unter Hebammen in Sachsen, die zutage gefördert hat, dass jede zweite Hebamme in Sachsen und auch in Dresden mit dem Gedanken spielt, ihren Beruf gänzlich aufzugeben oder aber die Leistungen einzuschränken. Das hat uns durchaus alarmiert, denn die Aussagen dieser Hebammen, die eben mit dem Gedanken spielen, ihre Leistungen einzuschränken, waren in allererster Linie, dass die Arbeitsbelastung sehr hoch ist, dem gegenüber steht eine zu geringe Entlohnung, aber vor allem auch eine mangelnde Wertschätzung seitens der Politik. In dem Fall der Bundespolitik, die ist eigentlich für diesen Bereich zuständig und Sie kennen die Diskussion um die Haftpflichtprämien. Seit Jahren ist das eine Diskussion, die präsent ist, aber trotzdem wird hier nicht agiert und es wird keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Auch das macht den Hebammen zu schaffen und Sie beklagen eben hier die mangelnde Reaktion auf der politischen Ebene. Daraus folgend haben wir gemeinsam mit einem Elternverein, mit Hebammen, mit der Verwaltung einen Antrag auf den Weg gebracht, der eben ein Fördermodell in Dresden auf kommunaler Ebene vorsieht, um genau das zu zeigen, dass diese Wertschätzung selbstverständlich auf politischer Ebene, wenn auch hier auf kommunalpolitischer Ebene vorhanden ist für diese wichtige Tätigkeit. Die Ziele, die wir damals mit der Förderung verknüpft haben, war, dass Hebammen eben nicht ihren Beruf aufgeben oder eben nicht ihre Leistungen einschränken. Leistungen einschränken bedeutet in dem Fall, in der Regel, dass zum Beispiel Geburten, die nachts stattfinden, ungeplant stattfinden, nicht mehr begleitet werden, dass Wochenbettbetreuung am Stadtrand vielleicht nicht mehr stattfinden, weil man da weite Fahrtwege hat, sondern man sich eher auf Kurse besinnt oder eben einfach effizient seinen Kalender gestaltet und genau das wollten wir nicht, sondern dass alle Wöchnerinnen, alle Frauen und frischgebackenen oder werdenden Eltern in Dresden die Begleitung und die Unterstützung durch Hebammen weiterhin zuteil wird. Diese Ziele sind durch Gespräche mit verschiedenen Praxen, aber auch Hebammen, tatsächlich auch erreicht worden, so haben Hebammen gesagt. Sie sind wieder in die Geburtshilfe eingestiegen, weil jetzt durch diese finanzielle Förderung, das ist ein sinngemäßes Sinn, auch das Zitat, sie den Beruf nicht mehr nur machen, weil er ihnen Spaß macht, sondern sie damit auch ihre Miete bezahlen können und dass eben genau das hier passiert ist, dass das durchaus sehr wahrgenommen wurde von Hebammen und Geburtshelfern, dass diese Wertschätzung ausgesprochen wurde. Die Richtlinie, die wir heute hier beschließen, ist eine Weiterentwicklung des Antrages, der vor knapp zwei Jahren umgesetzt wurde. In der Richtlinie ist durchaus sehr sinnvoll. Einige sind, einige bürokratische Unnötigkeiten abgebaut worden. Gemeinsam mit dem Hebammenverband wurde hier dran gearbeitet und nochmal ein besseres Modell von den Förderungen umgesetzt. Das ist sehr sinnvoll. Bei der Gelegenheit kann man vielleicht auch erwähnen, dass der Hebammenverband genau dieses Modell auch als Vorbild an andere Kommunen, beispielsweise an Chemnitz und an Radebeul weitergegeben hat, mit der Bitte, doch diesem Dresdner Weg auch dort zu folgen. Tja, bei all dem Guten gibt es leider auch einen Wermutstropfen, der in diesem Fall aber ein ganz entscheidender ist, nämlich die Richtlinie wurde zwar einstimmig überall angenommen, aber in dem Haushaltsentwurf hat der Oberbürgermeister, Herr Hilbert, diesen Mehrbedarf leider nicht anerkannt. Das heißt, die Förderung steht mit einer Null im aktuellen Haushaltsentwurf drin und daher hoffe ich sehr, dass ein positiver Beschluss hier im Stadtrat auch dazu führt, dass in vier Wochen, wenn wir den Haushalt beschließen, auch die entsprechenden Gelder im Haushalt dafür zur Verfügung gestellt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Bakow, SPD-Fraktion, Frau Dr. Vogel, bitte. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, wie human eine Gesellschaft ist, misst sich unter anderem daran, wie sie ihre schwächsten Mitglieder behandelt. Dazu gehören Kinder, kranke, ausländische und behinderte Menschen, Kinder aber an erster Stelle. Hebammen und Entbindungspfleger arbeiten in einem Bereich, der zu den Wundern des Lebens gehört, der Geburt eines kleinen Kindes. Dieses Berufsbild zu stützen und zu fördern, heißt nicht nur, den Hebammen und Entbindungspflegern den nötigen Respekt zu zollen, nein, sondern mit der Unterstützung der Hebammen fördern und unterstützen wir gleichzeitig junge Familien in einer sehr sensiblen Phase des Lebens. Wir helfen den jungen Müttern und Vätern, gute Eltern zu sein und in der neuen Familienkonstellation mit Säuglingen gut ankommen zu können. Der uns hier vorliegende Beschluss einer Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Bereich der Geburtshilfe ist deshalb richtig. Denn durch die pauschalierte Zuwendung an Hebammen und Entbindungspfleger wirkt die Richtlinie verwaltungsvereinfachend. Es gibt nun nur ein Dokument, das alles regelt und nicht eine Vielzahl. Gezahlt wird eine Zuwendung an die Hebamme bzw. den Entbindungspfleger für die Einzelfallbetreuung von Mutter und Kind im Rahmen von Geburtshilfe und selbstständiger Wochenbettbetreuung. Durch diese Form der Förderung wird nicht nur das Berufsbild der Hebamme gestärkt, sondern die Eltern erhalten ein größeres Leistungsspektrum, aus dem heraus sie frei wählen können, welche Form der Entbindung und nachgebotlicher Wochenbettbetreuung sie wählen möchten. Damit Kinder sich entwickeln und in dieser Stadt gut und behütet aufwachsen können. Ich bitte um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Vogel. FDP-Fraktion, sichtet Freie Wähler. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Siebenreicher, bitte. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen im Rat, seit zwei Jahren unterstützt die Stadt Dresden und Hebamme und auch Eltern bei der bestmöglichen Betreuung rund um die Geburt mit der sogenannten Geburtshilfeprämie. Und ich möchte mich vielem anschließen, was meine Vorrednerinnen von der Linken und der SPD soeben gesagt haben. Diese Prämie ist in der Tat einmalig in Sachsen, doch nicht einmalig in Deutschland. Zahlreiche Kommunen und Landkreise haben ähnliche Förderprogramme auflegen müssen, bei denen Geburten zu Hause im Geburtshaus finanziell unterstützt und bezuschusst werden, eben weil die Situation der Hebammen so existenzbedrohend ist. Das Besondere hier in Dresden ist, dass wir auch die Wochenbettbetreuung mit einem einmaligen Betrag von 30 Euro unterstützen. Und von diesem Anreiz profitieren eben nicht nur Hebammen, sondern sehr viele Eltern, denn es ist mittlerweile leider auch nicht mehr selbstverständlich, eine Hebamme zu finden, die nach der Geburt eine junge Mutter mit der Nachsorge zu Hause betreut. Dass diese Geburtshilfeprämie notwendig ist, wurde eben schon ausgeführt. Und ich gehe davon aus, dass sie leider auch noch eine Weile notwendig sein wird. Denn noch immer zeichnet sich keine Lösung auf Bundesebene ab, was die steigenden Haftpflichtprämien anbelangt. Und genau hier setzt eben die kommunale Förderung an. Es bleibt notwendig, dass wir über eine solidarische Berufsrisikoversicherung auf Bundesebene nicht nur reden, sondern auch Entscheidungen fällen. Und wir Grüne sind überzeugt, wir brauchen hier, wie in anderen medizinischen Berufen auch, eine Versicherung, die Haftungsrisiken solidarisch gemeinsam trägt, auch im Bereich der Geburtshilfe. Zurück auf Dresden geblickt, kann ich sagen, wenn man sich die Zahlen anguckt, die Geburtshilfeprämie hat sich bewährt. Es gibt eine überraschend große Resonanz und ich möchte auch ein paar Zahlen hier nennen. 2019 haben insgesamt 90 Hebammen 2.213 Anträge gestellt, die positiv beschieden wurden. Und allein im ersten Halbjahr 2020 wurden 99 Selbstständige Hebammen insgesamt 700 Anträge gestellt. Und wie bereits erwähnt, die meisten Anträge kommen im Bereich der Wochenbettbetreuung, kommen also auch sehr vielen Eltern zugute. Deswegen ist es auch noch folgerichtig, dass wir heute eine neue Förderrichtlinie zur Geburtshilfe auf den Weg bringen und dieser Vorlage zustimmen. Es freut mich an dieser Stelle außerordentlich, dass im Gesundheitsausschuss ein sehr, sehr breites Votum eine breite Zustimmung dafür da war. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ich kann es kurz zusammenfassen. Es bedeutet weniger Bürokratie für die Hebammen, aber auch weniger Bürokratie für die Verwaltung. Nun möchte ich zum Schluss aber doch noch einmal darauf zurückkommen, dass es ein wenig absurd anmutet, dass die Verwaltung uns heute eine Förderrichtlinie zur Abstimmung vorlegt, ohne das dafür notwendige Geld im Haushaltsentwurf für die nächsten zwei Jahre eingeplant zu haben. Die Förderung steht, es wurde bereits gesagt, aktuell also auf der Kippe. Und es ist an uns als Stadtrat, nun die notwendigen insgesamt 400.000 Euro für zwei Jahre im Dezember in der nächsten Stadtratssitzung dann auch in den Haushaltsbeschluss mit aufzunehmen. Nun meinte Oberbürgermeister Hilbert in der Einbringung des Haushaltes im September, es sei nun an uns Stadträtinnen, seinen Entwurf zu diskutieren und wo nötig zu ergänzen. Ich möchte es aber auch ganz deutlich sagen. Dieses Beispiel der Geburtshilfe Prämie zeigt mir seine Logik in dieser Haushaltspolitik. Für Lieblingsprojekte wie den Fernsehturm sind trotz Corona-Pandemie Millionenbeträge eingeplant, aber dieser vergleichsweise winzige Beitrag zur Unterstützung von Familien in Höhe von maximal 200.000 Euro jährlich wurde eben nicht aufgenommen, obwohl das Gesundheitsamt eine weitere Förderung dringend empfiehlt. Also wenn vergleichsweise geringe Summen wie die zur Sicherstellung der Geburtshilfeprämie im Haushaltsentwurf nicht enthalten sind, dann mangelt es aus meiner Sicht nicht am Geld, sondern am Willen des Oberbürgermeisters, dieses Erfolgsprojekt fortzusetzen. Hebammen und Eltern haben sich über die Presse auch zu Wort gemeldet und uns aufgefordert, die fehlende Summe wieder in den Haushalt aufzunehmen. Und ich hoffe, das gelingt uns demokratischen Kräften gemeinsam in der kommenden Sitzung. Die Grüne Fraktion wird dieser Vorlage heute gern zustimmen und sich natürlich weiterhin in den Haushaltsverhandlungen dafür einsetzen, dass die Geburtshilfeprämie erhalten bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Siebeneicher. Die Fraktionsrunde ist damit beendet. Weitere Wortmeldungen sehe ich hierzu nicht. Wir können damit in das Abstimmungsverfahren eintreten und ich bitte Sie um das Handzeichen, wenn Sie der Vorlage in der Fassung des federführenden Ausschussberichtes Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dies ist mit 65 Ja-Stimmen einstimmig so bestätigt. ...